Sei gegrüßt und herzlich willkommen. In diesem Video erfährst du, wie du den besten Prepaid-Tarif findest, der genau auf deine Vorstellung zugeschnitten ist. Mein Name ist Carsten von TestVenture. Los geht's! Wir haben mittlerweile extrem viele Videos zu Prepaid-Karten erstellt und euch viele Hilfestellungen gegeben. Nun kommt eine ganz wichtige dazu. Wir haben für euch einen Tarifrechner auf unserer Homepage testventure.de implementiert, über den ihr euch euren Prepaid-Tarif ganz individuell konfigurieren könnt. Danach bekommt ihr den für euch besten Tarif angezeigt. Den Link zum Tarifrechner findest du natürlich in der Videobeschreibung. Schau dort unbedingt vorbei und teile den Link gerne mit deinen Liebsten. Für euch ein kleines Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Zunächst gebe ich ein, wie viele Gesprächsminuten ich benötige. Du hast von 0 bis unbegrenzt viele Möglichkeiten zur Auswahl. Ich wähle unbegrenzt aus. Datenvolumen wird tatsächlich auch in Deutschland immer günstiger. So gebe ich erst einmal ab 2 GB an, um zu schauen, was möglich ist im günstigen Sektor. Meine Rufnummer würde ich gerne mitnehmen und wähle im entsprechenden Feld Ja aus. SMS-Flatrate und 5G-Tarife hake ich an, gehört für mich zum Standard. Ihr könnt natürlich individuell eure Auswahl treffen. Danach drücke ich auf Tarife vergleichen. Es werden mir nun die Top 3 Tarife angezeigt. In diesem Fall wäre Aldi Talk mit 6 GB genauso teuer wie der Telekom Prepaid-Tarif mit 4 GB Datenvolumen. Zusätzlich könnt ihr euch natürlich auch noch mehr Tarife anzeigen lassen in der Range. Du hast über den Reiter Tarifdetails noch die Möglichkeit, dir weitere Insights einblenden zu lassen, um die Tarife besser vergleichen zu können. Hast du deinen passenden Tarif gefunden, klicke einfach auf den Zum-Anbieter-Button, so gelangst du am schnellsten zu deinem Tarif. Teil gerne den Prepaid-Tarifrechner mit deinen Freunden, deiner Familie und Bekannten. Wir freuen uns, dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like und lieben Kommentar unter dem Video da. Abonniere uns kostenlos für mehr Content und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal, deine Testventure Crew.